Hey Internet und YouTube zurück bei The Walking Dead, wir konnten flüchten uns selber mitten in mein Weierklar. Was sagst du dazu, Jane? Wir können Helden sein und Leben retten. Es ist gut, dass du da weg bist. Jetzt musst du es aufhören. Aber ich bin nicht okay. Just nicht mich aufhören, bitte. Sie braucht nur ein bisschen Zeit, Clem. Lass sie ein bisschen mehr sein. Ich weiß nicht, das ist. Die Art sie ist, sie wird Probleme geben. Was passiert da? Wenn wir da da sind, du bereitst zu helfen, aber dann etwas verändert. Look, ich habe einfach gesehen, ich habe das kinder Dinge vor. Ich habe einfach nicht gehalten, um den bitter enden zu sein. Sorry, ich... Ich will nicht sein, dass es so hart ist. Es ist einfach wie Dinge sind. Du wirklich nicht helfen hast, da hinten zu helfen. Ich dachte, ich kann auf dich sein. Und weil du sie heute ausfüllen hast, das bedeutet, dass du sie verletzt hast. Trust me. Ich versuchte, zu retten, Jamie, auch. Aber sie hat sich nicht verletzt. Ich habe einfach nicht verletzt. Als Sie alle gesagt haben, ich war der erste auf dem Weg. Wie ich bereits gemacht habe, habe ich meine Meinung. Luke, du kannst es nicht machen. Ich hatte es, ich werde es nicht ausfüllen. Wie ich kann es vergessen. Wie ist es? 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 up to the roof and and when they kept coming i i couldn't make her jump couldn't throw her so i tried something else i told her she could have what she wanted and i left her there jumped to the next building over by myself you left your sister did she get turned do you know when she didn't follow me over i didn't have the guts to go back and see for myself it killed me for a long time but i finally realized that i'd put her on a force to march through hell when all she really wanted was for me to let her go sarah was that way too jane no regard for her own safety or ours come on let's get back to your friends oh man i would have lived there can't be some iron here upon this is all in it begins Die neue eigene Gruppe, Clem. Son of a bitch. You found him. Yeah, I'm a little amazed myself, to tell you the truth. If it weren't for Clem and Jane, well, I don't know what would have happened. Sarah, how you doing, hon? That's okay, sweetie. Whenever you're ready, I'm just glad you're here. But wait, wait. Where's Nick? Uh, Rebecca, how about we, uh, we go for a walk for a minute? Let's just give him some space. I have something I need to talk to you about, too. No. No. I ain't gonna sugarcoat this. That baby's coming even faster than Rebecca's letting on. But I was hoping you might know. Does Luke know anything about babies? Wie man sie macht, oder? Has he, I don't know, mentioned Carlos teaching him anything? Kenny had a family. He could help. Where is he? He went in there after he left. Said he needed a minute by himself. I ain't seen him since. I don't think he's doing well. Uh, I'll go in there. Thank you, Clem. I really do think that might be best. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, oder? Vielleicht ein neues Baby für Kenny? Wer weiß? Ach, wie war denn das jetzt? Muss ich da nicht zwei Tasten klicken? Ja. Press and hold. Jetzt kommt sie, je nachdem ich... Direkt zur Sache. Psychologie 1x1. Wir brauchen deine Hilfe. Mit Rebeccas Baby. Niemand weiß mehr, was zu tun. Du weißt, was es fühlt sich so, zu verletzten. Almost bis zu Tod. Peaceful. Es fühlt sich so. Es war, als ob ich weggeflogen bin. No way. Watching the whole thing happen to me. And then I woke up again. And nothing's changed. I'm still taking a beating. Every day. Duck. Katja. Sarita. No peace. No rest. The punches just keep coming. Kenny, you're not... You're not dead. We need you. Huh. Oh, yeah. Cause I've done so great with everything else in my goddamn life. Why the hell couldn't Carver have just finished me off? Obviously, I ain't helping anyone by being here. That's not true. You help me. All the time. I need you. Hmm. I've seen you take care of yourself more than any three adults put together. But, uh... Thanks for saying that. Nah, don't worry yourself about this. It's nothing. Hadn't killed me yet, anyway. Don't be stupid. It could be infected. Well? Oh, shit. Does that mean what I think it does? What are we supposed to do? We should see what's going on. Are you okay? How does it feel? It feels wet. That's how it feels. What's going on? Rebecca's water broke. Oh, Christ. We should... I don't know what we should do. Oh, fuck. Handtücher, oder? Geistes Wasser. Kenny, thank God. Jeder weiß das. I think the baby's coming. What do we do? Alright, alright. Give me a second. No way can Rebecca Trapper like this. He's right. She's gonna make a lot of noise. They'll be able to smell her too. What should we do first, Kenny? Kenny, come on. You gotta focus. Right, right. Sorry. Clean water for one thing. In blankets. No, we gotta get out of this damn cold too. There's a couple of buildings nearby. Maybe one of them could do the trick. No, so much time must have to be. The museum seems like it could be a good start. I'll go. Good idea. Mike, think you could go with her? Sure thing. I'll check the building by the river. Okay, then. Kenny, you stick with Rebecca. And I will check the perimeter for walkers. Sarah? Sarah? You just stay here with Rebecca and Kenny, okay? Clem. I know it must have been hard, but thank you for talking to Kenny. I'd love for you to give me and Mike a hand looking at the museum, but I was thinking, how do we know Jane ain't just gonna take off? Maybe you should go with her. Make sure she comes back. What do you mean by that? You know, she doesn't seem to like being around people much. And she volunteered to head off awful fast. I guess it could be nothing. I don't know if Jane will come back. I think she's scared about the baby. That's what I was afraid of. That's why it might be a good idea to have you go with her. Just something to think about. Okay, we're looking for warm blankets, clean water, disinfectant. Sarah gott sicher nicht. Don't worry. Everything's gonna be fine. Maybe I should go with Jane. Better hurry and catch up then. Okay, everyone, you know what to do. Let's be fast and let's be careful. And furious. Da sind wir ja. Ach, bloß nicht einen Schritt schneller, du. Kannst du laufen? Ach, das ist laufen. Okay. Sorry. Oh, hey. I knew you'd be here. I knew you'd be here. Well, yeah. I told you I was coming here. Anyways. Well, it's sometimes good to have someone watching your back. So, come on, partner. Let's go check out that deck. I like the height. You know, you know, you're not good to have someone watching your back. Huh? Well, yeah. But who is okay? Let's just focus on this right now. We're going to have someone watching your back. I hope this place isn't working for you. It's still locked, which means that hopefully no one's gotten to whatever was locked in there in the first place. Who knows what could be in there? Do you think you can pick the lock? I should be able to figure something out. Maybe this will work. A nail file? Versatility is not overrated. You know? Uh, it wouldn't hurt to try a heavier hand with this thing. See if you can find something bigger. We might need to bust the mechanism. Kein Problem. Was haben wir hier? Trashcan. Civil War. Find anything? No, not even Trash. Na, ja. Alec. Sorry. Ich habe überhaupt nicht an Rebecca und das Baby gedacht. Was soll's? Oh, hier kann ich... Oh, Teleskop. So viel Zeit muss sein. Oh. 40. Ich glaube, es ist broken. 1000 Zombies, na gut. Ist doch super. Super Aussicht. Hier, wir bomben das Ding auf. So sieht es nämlich aus. Infografik. Aha. Ow! Shit! Sind Sie okay? Ja. Ich glaube, ich habe es almost geschafft. Keep looking. Na klar. Ich amüsiere mich ja köstlich. Eins, zwei. Du denkst, dass das Ding noch funktioniert? Check die Muzzle, Napoleon. Oh. Sie füllen sie mit Sement, also sie sind sicher. Das funktioniert. Es gibt einige Gebäude über die Riefer. Ich denke, ich kann sehen, eine Kirche. Die Rieferste Rieferung ist bis zum Meter. Rebecca würde es nicht in ihrer Formation. Jane, jemand kommt nach uns. Scheiße, scheiße, scheiße. Er kommt nach dem Weg. Und wer weiß, ob er hat Freunde näher. Warum kommt er hier? Keine Idee. Aber wir müssen ihn raus und sehen, was er geht. Ich mag nicht, dass ein paar freundlichen, so nahe zu den anderen. Wir haben genug auf unseren Pläten mit einem Baby kommt. Die letzte Sache, die wir brauchen, ist jemand zu erzählen, seine Freunde über die neue, easy-Targets in der Nähe. Wir sollten nur versuchen, dass er weg ist, bis er weg ist. Ein guter Telefon. Scheiße, schau jetzt. Aha. 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 Wollen wir locken? Okay. Shit. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Große, wir sind geliefert. Ich bin nur ein Kind. Bitte. Hör mich nicht. Verstehst du mich? Ja. Ich bin Arvo. Ich gehe. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will niemanden schießen. Ich will niemanden schießen. Oh no 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 no. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Jane, he's got a gun. Put down a gun. Wir sind. Irgendjemand wird sterben. Bis zum nächsten Part. Tschüss.